Servus Leute und willkommen zu einer kleinen Runde T-Worlds, das ist ein spätes Gameplay von Sepaio und wenn ihr Glück habt, dann seid ihr beim nächsten Video dabei. Schaut einfach unten in der Videobeschreibung, ansonsten bewertet ihr das Video, lasst ein Abo da und viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, bewettet das Video, schaut fleißig in der Videobeschreibung, bis zum nächsten Mal, bye bye!